Eine magische Nacht im St. Jakob Park, was am Schluss nicht ganz magisch war, ist das Resultat. 1 zu 1 tennen sich der FC Basel und der FC Porto. Wir haben für die Nachbetrachtung den ehemaligen Nationaltrainer Otsmar Hitzfeld. 1 zu 1 vor dem Spiel hat Luca Zuffi gesagt, das Unentschieden wäre ein gutes Resultat. Sie haben dagegen gehalten und gesagt, Basel gewinnt 2 zu 0. Jetzt muss man sagen, das Unentschieden ist für Basel gut. Ja, ich habe natürlich gehofft und bin immer optimistisch vor meinem Match und trug natürlich auch der Mannschaft den Daumen, vor allem im FC Basel. Nach dem 1 zu 0 hat es eigentlich noch lange Zeit gut ausgesehen, auch wenn Porto zu keiner großen Chance gekommen ist. Zwar Feldüberlegen war, das Spiel bestimmt hat. Aber ich habe immer gehofft, Basel macht vielleicht noch ein Konter und 2 zu 0 hat dann gepasst. Aber ich glaube, das 1 zu 1 ist am Schluss ein gerechtes Ergebnis. Was man unter dem Strich muss feststellen, A, Porto kann zu höherem Tempo gehen und B, sind technisch besser. Darum ist Basel immer wieder in die Produkte gekommen. Ja, ich glaube, dass Basel noch nicht so in Form ist. Es ist ganz normal. Jetzt, nachdem man erst 2 Runden gespielt hat, nach der Winterpause, fehlt noch der Rhythmus. Und Porto ist eine Mannschaft, die man dann auch in Wintertouren spielt, wo man Spielpraxis hat und gerade im Spielaufbau, in der Ballbehandlung, im Antritt, in der Flexibilität um den Strafraum herum, da war natürlich Porto viel gefährlicher als der FC Basel. Das Grund, dass der Derlis Gonzalez geschossen hat, ist vielleicht kein Zufall. So lange er drin war, war einer der wenigen, der das Gefühl hatte, der hat das Tempo und die Technik. Ja, das ist richtig. Gonzalez hat sich sehr gut in das Spiel eingebrochen. Er ist ein schnelles Spieler, trippelstarker Spieler. Er hat auch die Haarinstinkte und kann sich so in den Strafraumbereich hineinschleichen. Und Fabian Frey hat natürlich auch eine sensationelle Vorlage gegeben. Und Gonzalez ist eiskalt geblieben. Und als er dann ausgewechselt wurde, dann hat die Qualität im Offensivspiel darunter gelitten. Also, mich denke ich, es war sehr deutlich, dass nach der Qualität gelitten hat, wo er raus ist. Ist dann mit Davide Cala der richtige Mann gekommen? Er hatte ja auch sehr grosse Mühe, Spiel zu kommen. Ja, Paolo Sousa kennt natürlich seine Spieler sehr gut. Und Cala hat auch in den letzten Matchen, in dem er reingekommen ist, auch nicht so schlecht gespielt. Ich hatte vielleicht gehofft, dass der Empolo reinkommt, weil er ist natürlich einer, der schneller ist, der technisch auch noch besser ist, der noch mehr Zug zum Tor hat. Das wäre vielleicht ein interessantes Zeichen gewesen, auch an der Mannschaft, dass man sagt, komm, wir müssen mehr nach vorne spielen, dann auch schon in den ersten zehn Minuten Waporto überlegen. Er hatte mehr Ballbesitz als der FC Basel. Aber ich glaube, dass Paolo Sousa heute auch eine defensivere Taktik gewählt hat, weil er ja auch die Abwehr umstellen musste. Und von daher war es logisch, dass sich dann die Abwehr mehr zurückzieht und man lässt den Gegner mehr kommen, um dem Gegner nicht in die grossen Räume zu gehen. Denn Samuel ist sicherlich von der Schnelligkeit eben der stärkste Spieler. Er war nicht mehr der stärkste, aber ich glaube nicht, was ihm gelegen ist, dass Basel quasi unter den Rädern kam. Nein, die Taktik war auf Samuel zugeschnitten. Denn gerade weil Samuel gespielt hat, hat man einfach auch etwas defensiver gespielt, damit der Gegner nicht so viel Räume hat. Und man hat dann die Abwehr etwas zurückzogen und nicht sehr hoch gespielt, weil sonst mit Steilvorlage wäre Samuel in seinem Alter natürlich nicht mit der schnellste Spieler. Jetzt hat es zwei sehr interessante Szenen gegeben, was das Refereeing anbelangt. Das ist das Goal, das Schiri Kletzenberg zurücknimmt. Er zeigt zuerst an und nach Intervention beim Assistent und beim offiziellen Hinter der Linie kommt er auf seinen Entscheid zurück. Eine sehr aussergewöhnliche Szene. Ja, es ist eine mutige Szene von einem Schiedsrichter, der erst Goal gibt und der Gegner jubelt. Und Basel geht schon zum Anspielkreis und dann hat der Assistent sich gemeldet und sie haben sich kurz geschlossen und haben dann das Tor annulliert. Ich nehme an, dass der Basler Spieler im Passiven, nicht im aktiven Offside gestanden ist und vielleicht hat der Assistent gemeint, dass er den Basler Spieler den Goalie irritiert hat, obwohl er ihn ja nicht eingegriffen hat. Man hat es klar gesehen im Fernsehen, der eine von den beiden, es waren zwei Portospieler, die direkt vor dem Goalie stehen. Und der eine ist tatsächlich in der Bahn, wo Thomas Watschlig hechten wollte. Also eigentlich ein absolut richtiger Entscheid. Ja, wenn er die Sicht vom Goalie behindert, zum Richtung Ball, dann ist er aktiv und dann muss der Schiedsrichter pfeifen. Und das Zeugt ist der Ausgleich von Porto, ein Handspiel von Walter Samuel. Ja oder nein? Ja, das ist immer so eine Entscheidung vom Schiedsrichter, wo er nach Gefühl geht. Aber ich glaube, Samuel wird natürlich den Ball auch mit der Hand abwehren. Also dorthin eine vertretbare Entscheidung. Es ist immer das Gleiche, man kann hin und her diskutieren beim Handspiel. Er stützt sich ab, er gerätst rein, mit der Hand, wo er sich abgestützt und am Boden fixiert hat, mit der wird der Ball ab. Dann kann er gar nicht viel anders machen. Aber auch der Skirit wahrscheinlich nicht viel andere Optionen als auf Penalti zu entscheiden. Ja, es ist halt die Regelauslegung, dass wenn man die Gabberfläche vergrössert und das tut er in dem Moment, wenn er sich am Boden abgestützt und die Hand backgut vom Körper, dann ist das aktiv und somit auch müssen Schiedsrichter eingreifen. Wenn wir jetzt auf das Rückspiel schauen, im Stadion Dragao, es wird sehr schwierig werden für Basel. Ja, das wird ein schwieriges Spiel, aber ich glaube, Porto wird nicht mehr Ballbesitz haben, als sie schon im Spiel in Basel hatten. Und die Basel ist eine Mannschaft, die auch auswärts nervenstark ist, die auswärts kontren kann. Und vielleicht lässt sich auch der Paulus Susanna was einfallen, dass die Offensive vielleicht ein bisschen gefährlicher ist als heute Abend oder gestern Abend in dem Match. Und vielleicht lässt er den Embolo spielen, der ja eigentlich ein Spieler ist, der schnell ist, dynamisch ist, der vielleicht frischen Wind reinbringt. Vielleicht auch ein Degen auf der rechten Seite, der ein bisschen schneller ist, offensiv stärker ist. Also er wird sicherlich auch die Lehre aus dem Spiel ziehen, denn Basel hat einfach heute zu wenig Ballbesitz gehabt. Was natürlich ähnlich sein wird, ist, wie Sie gesagt haben, dass Taktik ein bisschen auf Samuel ausgerichtet sein wird. Weil im Rückspiel ist jetzt der Marek Suche gesperrt. Das heisst, der Walter Samuel wird ziemlich sicher auch in Porto spielen müssen. Ja, ich glaube, wenn man auswärts spielt, dann ist sicherlich nicht unbedingt ein Nachteil. Denn Basel hat ja auch in Liverpool eigentlich defensiv agiert, hat im Mittelfeldpressing gespielt, wäre sehr kompakt und Mittellinienbereich. Und so werden sie ja auch in Porto auftreten. Porto wird das Spiel machen und Basel wird sich auf das Kontra verlegen. Sie haben gesagt, dass Basel sicher noch in den Rhythmus fehlt, dass sie noch nicht in Topform sind. Der Match ist in drei Wochen. Wie sieht das aus? Dort kann es fundamental ändern. Denn Porto wird dann wahrscheinlich Achtung fertig im Heimstadion loslegen. Ja, es wird sicherlich ein Vorteil sein für den FC Basel, dass man dann mehr Spielpraxis hat, dass der Rhythmus höher ist, dass man auch mehr Ballsicherheit entwickeln wird, dass die Spritzigkeit auch wieder zurückgekehrt ist. Also von dort wird man sicherlich dann in drei Wochen einen anderen FC Basel sehen. Am Schlusswort kann der Basel diese hohe Hürde Porto überspringen? Ja, als Trainer bin ich ja immer optimist gewesen. Man muss als Trainermann den Erfolg glauben. Und Paolo Sousa wird grosse Ehrgeiz entwickeln und seine Spieler das Viertelfinale zu erreichen. Als wir dort haben, sind die Chancen immer noch offen. Erreicht das ja oder nein? Ich sage ja. Wunderbar. Tolles Schlusswort. Hoffen wir, dass es auch eintrifft. Das war jetzt vom Blick Sporttag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.